Die sieben Glockenschläge. Bewegung. Kauf aufs Dach. Sorry, mehr kann ich nicht tun. Ich muss die anderen Welle säubern. Ihr Raven Wing One. Landung nicht möglich. Wiederhole. Können nicht landen. Wir holen euch vom Dach. Bereit machen. Nimm die Treppe. Schnell. Habe ich denn noch genug Zeit, die alle zu plündern? Schnell. Körpersen. Guck. 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 Acht. Etwas Chase. Guck. 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 Befreie die Testballen von ihrem Leib! Hütte sie! Schnell! Lauf weiter! Wir müssen hier raus! Lauf! Hütte sie! 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 Vielen Dank. Also der wartet auf mich, der Hubschrauber. Die Hubschrauber, die Hubschrauber und die Hubschrauber. Wo müssen wir jetzt hin? Die Hubschrauber haben den Platz frei. Schnell! Die Hubschrauber, die Hubschrauber haben. Die Hubschrauber, die Hubschrauber, die Hubschrauber haben. Die Hubschrauber, die Hubschrauber haben. So, eine Leuchtrakete. Die Hubschrauber, die Hubschrauber haben. Die Hubschrauber, die Hubschrauber haben. Die Hubschrauber, die Hubschrauber haben. Die Hubschrauber haben. Die Hubschrauber haben. Die Hubschrauber haben. Boah. So viel zur Flucht. So viel zur Flucht. Jedenfalls haben wir hier erstmal wieder Ruhe. So, was müssen wir denn jetzt machen? Schauen wir mal. Erstmal wieder Ruhe bewahren. Runterkommen. Kehre zum Safehouse zurück. Oh, ho. Oh, ho. Oh. Oh. Ah, ne. Schießscharte. Verkohltes Holz. Verkohltes Holz. Ah! Ah, da sind wir doch wieder. Gehen wir auch erstmal zum Safehouse zurück. Na bitte. Sieh mal, ich sag's ja nicht gern. Aber hatte ich dich nicht gewarnt. Ich verstehe ja, du willst raus, weg von mir, nie mehr zurück. Aber so einfach ist es nicht. Lies mal positiv. Du bist noch da, ein Überlebender. Und ich hau nicht ab. Egal wie schlimm es wird. Aber täuscht dich nicht. Es wird noch schlimmer. Die sagte, die Fäulnis endet erst, wenn ein reinigendes Feuer von schwarzen Engeln über die Welt kommt. Wir dachten alle, er meint die Raben von D. Wie dumm wir waren. Nein, er meinte etwas viel Schlimmeres. Oh Scheiße. Du musst den Generator auftanken. Ich glaube, du solltest Vigran besuchen. Er führt die Shoreditch Tankstelle am Ende der Brick Lane. Er und seine Familie leben direkt darüber. Du kannst es nicht verfehlen. Er hat sich dort eingeschlossen und verkauft Sprit an Überlebende. Du wirst zu ihm vordringen müssen. Aber wenn du da bist, sag einfach, der Prepper schickt dich. Okay, das machen wir nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir speichern erst mal ab. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, wie man so schön sagt. Vielen Dank. Bis zur nächsten Session. Vielen Dank.